472 Prozent Longneck Die ist aber ein bisschen krass Also, die wäre theoretisch möglich Die kann man machen, das Miffy, da hat man genügend Slots Aber 6000 Metall Dafür jetzt raus zu haben, fände ich ein bisschen heftig Da mache ich mir erstmal, glaube ich, einen mit 200 Prozent oder so Muss ich mal gucken Oder ich leine mir die mal kurz von CD aus Ich weiß nicht, ob der so eine hat Hier ist übrigens der Krebs Das ist schon mal gut zu wissen Übrigens, ich muss das euch mal ganz kurz zeigen, ey Jetzt auch mal einen helllichten Tag in Ruhe Das sieht so cool aus, was hier der David mit der Mauer schon gemacht hat Das ist richtig, richtig, richtig genial Hier hat er sogar schon ein bisschen Fackeln platziert und so Hier könnte man vielleicht das nur so rumbauen Das wird er früher oder später bestimmt auch noch machen Dass man hier langlaufen kann Also gefällt mir richtig, richtig gut Was die Leute jetzt hier zusammenschustern alles Das wird langsam, das wird langsam richtig cool Und so langsam macht das auch Sinn Dass wir am Anfang gesagt haben, dass wir hier alles Schön beisammen haben wollen Also, beziehungsweise nicht schön beisammen, sondern Dass wir gesagt haben, dass wir alles aneinander snappen Noch sieht das ein bisschen komisch aus mit den ganzen Fundations Früher oder später wird es aber dafür sorgen, dass es wirklich Ein riesengroßes Zusammenhäng des Konstruktes ist Und das ist einfach mal super cool dann Ich denke, früher oder später werde ich da auch noch ein bisschen mitbauen Aber ich bin aktuell immer, wenn ich online bin Eigentlich damit beschäftigt, irgendwie erstmal noch Content Mein Content mir anzugucken Allein da steht, dass er das so schön eingebunden hat Finde ich großartig Gefällt mir richtig gut Das ist wirklich richtig nice Da kann man sagen, was man will So, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gucken Wegen Longneck Ich glaube, dass ich mit einer Kilo tanken kann Ich glaube, ich schaue mal, ob ich sie dir Wird da nichts dagegen haben Ich werde die auf jeden Fall ihm wiedergeben Beziehungsweise Sollte ich ripen, würde das bedeuten Dass ich sehr sehr lange Metall fahren darf Um ihm eine neue herzustellen Ich glaube aber, sie dir hatte so eine gute Longneck Wenn ich mich nicht ganz täusche Ich muss noch seine Leiche finden Hauptsache, hier ist ein wildes Schaf Witzig So, hier ist Rasul Da hätte ich eigentlich auch gedacht, dass sie dir hier irgendwo rumliegt Ist aber nicht so Ah, da ist er Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn So, mein Guter Wo hast du denn deine schöne Longneck hier 545% Das ist ordentlich So, wie gesagt Ich werde mir die mal ganz kurz sonst hier ausleihen Ich gebe ihm das auf jeden Fall dann wieder Das werde ich dann noch im Video zeigen Am besten, wie ich den wiedergebe Und sollte ich die jetzt verlieren Dann würde das bedeuten, dass ich ein paar Stunden farmen darf Irgendwie meine neue herzustellen Das würde ich dann auf jeden Fall machen Das geht jetzt erstmal Das ist ja eine Gruppen Gruppenaktion Das ist jetzt eine Kilo ranhole Für unsere Base Damit wir hier ordentlich Kristalle und so farmen können Denn das ist immer noch ein bisschen Also es geht einfach nicht so viel bei raus Mit den aktuellen Einstellungen Wenn man da mit der Metallpickaxe drauf haut So gut, ich muss mir jetzt noch ein paar Darts machen Und dann kann es eigentlich schon losgehen Ich werde wahrscheinlich Nochmal wegen Rüstung gucken Ob ich mir ein bisschen was besseres herstelle Und da legen wir los Übrigens hier Gemeinschaftshütte wurde auch schon ein bisschen Jetzt hier noch ausgebaut Ist jetzt hier diese Glasfront Müssen wir mal gucken ey Also ich bin ja trotzdem dafür Dass Das Gemeinschaftshaus dann trotzdem eher wie eine Burg aussehen soll Müssen wir mal überlegen Ob wir das mit dem Glas lassen Oder ob wir das dann nur einzeln einarbeiten Und ansonsten dann eine Burgstruktur nehmen und so Da muss ich mir noch Gedanken machen Und genauso können wir Das ist halt auch sehr cool Das dann mit Kiralis Hütte verbinden Wie gesagt, das snappt ja alles aneinander Überall Und das ist die Hütte von Taldo Die sich auch langsam entwickelt Nice Hab ich noch gar nicht gesehen Hat so ein bisschen einen asiatischen Touch irgendwie Aber ich meine gut ey Es ist halt ein bisschen gemischter Baustil und so Ist ja okay Aber ne, hier Das sieht so ein bisschen aus Weiß ich nicht Gefällt mir noch nicht so Also das Gebäude an sich ist cool Aber die Strukturen und so Ich würde da halt eher gucken Dass das am Ende dann so ein bisschen Burgmäßig aussieht Also hier übelste Säulen runterziehen Zum Beispiel Und das würde dann alles noch viel viel cooler aussehen Ne, ändert aber nichts daran Dass das Grundbauwerk Also so dieses Das Gerüst sozusagen Schon ziemlich geil aussieht So und kriegt eine Idee davon Wie das am Ende aussieht Wenn das dann komplett rum geht Um diesen Felsen Ja, da müssen wir auf jeden Fall einiges machen So, Leute Wie gesagt, ich mach jetzt erstmal Darts Mach ich schnell So mit Cuts und so Bereite mich vor Und dann machen wir ins blaue Gebiet Und besorgen wir uns mal relativ schnell Mit der Longneck Ankylo Das müsste ja eigentlich relativ fix gehen Alter Und ich wundere mich, was der so laut ist Ey, und ich wundere mich, was der so laut ist, Alter Ja Moin Wie sie Ganz schön laut für so klein, ne Ja Ja, ich würde jetzt gleich mal losziehen, Bugs Äh, und mein Kilo, äh, trainen Und dann mit den Krebsern hierher bringen So, mach Ja Ich dachte, hier ist sonst was los Weil du so scheiß Baby-Spino-Pie Was da so lautet, Alter Unglaublich Wie sieht's denn eigentlich aus? 50-50 Okay Ich warte ja immer noch darauf, dass 10% Tag ist und 90% Nacht Äh, damit ich dann endlich mal ordentlich an die Erdoberfläche kann Aber das muss ja irgendwann auch mal passieren Theoretisch So, gut, äh, theoretisch Müsste ich jetzt, äh, ordentlich Darts herstellen können Also das ist ordentlich, aber erstmal ausreichend für 1 Kilo Also gerade ist mir das jetzt 700 oder 600% Longneck Was brauchen wir denn da? Vielleicht 7 Schuss oder so? Ich weiß es nicht 8 Schuss für 1 Kilo Müssen wir einfach mal gucken Das müsst ihr auf jeden Fall, üh, jetzt rein knallen Das Teil So, und ich werde mich jetzt glaube ich auch erstmal auf den Drachen hauen Äh, werde den 1 Kilo betäuben, werde den in die Bären rein knallen Äh, währenddessen werde ich vielleicht auch noch ein paar Rare Flowers einsammeln Damit wir noch ein paar Mineswipe Suppen machen können Äh, einfach weil wir die öfters brauchen Wenn, äh, wir Crafting Quality Quads auf 7, 800 oder 900% bringen wollen Um bessere Blueprints oder bessere Sachen herzustellen Und, äh, jo, ne, dann werde ich dann zurück machen Und irgendwann muss der 1 Kilo ja fertig sein Und dann, äh, werde ich ihn abholen mit dem Krebs Das ist jetzt erstmal so der Plan Also ich mach jetzt erstmal mit dem Drachen hin Ich mach mal auch noch ein paar Strukturen, damit ich den 1 Kilo einbauen kann Dass der nicht stirbt, wenn ich weg bin Das wäre ja sehr, sehr cool Jetzt machen wir mal eben mal schnell Uh, da hinten ist noch ein Kilo Und hier ist ein Updway Also ein Kilo zu finden ist gar nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe Aber, weil ich hab so gerade Pech, was ans Partner angeht Zwei Okay, seid jetzt mal bitte ein bisschen höher am Level 30 Und Level 108 Joa, 108 kann man mitnehmen, Leute Da hinten ist auch noch einer, sehe ich gerade Kann man auch noch mal kurz schauen Ist der hier höher, wenn sie Glück Ne, 84 Könnte natürlich auch gleich beide betäuben Wäre eine Variante Okay, auf jeden Fall muss ich den 30er muss ich kühlen Ich kühle erstmal alles hier ringsrum Dass wir die potenziell angreifen können Wie zum Beispiel diese Dachbibel So, gut, Leute Wird zur Sicherheit Klafsack Und jetzt eben noch schnell eine 30er kühlen Das war... Der hier gewesen Schnell, bevor der andere dazukommt Ja Ich muss ja glaube ich nicht mehr abschneiden Ich kann ja einfach von hier ballern 140 mit nem Dart Das ist krank Das ist richtig krank, Leute Mal sehen, wie viel Schüsse wir brauchen Er rennt jetzt schon weg Oh, die Waffe ist so krank Die kostet ja doch 6000 Metall, ey Du musst die auf jeden Fall dann mit zurückgeben Er liegt Das war's schon Okay Dann nehmen wir dich auch noch mit Ich kann ja mit der Krabbe 2 tragen Von daher Ich hätte natürlich lieber ein 130 plus irgendwas Aber ey, 80er und 100er ist auch okay Und Crystal Farm reicht das alle mal Vor allem haben wir dann gleich 2, das ist so richtig cool So Ich glaube der dritte Der hat zwar getroffen Aber zählt nicht Ah, weiß ich das schon? Okay, einmal noch Der hat wieder nicht gezählt Okay, nochmal Jetzt Okay Hätten wir Wunderbar So, gut, Leute Da muss ich ein bisschen Bären sammeln Haut ihnen das rein Ich hoffe einfach mal Dass die jetzt nicht angegriffen werden Oder so Oh Da, 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 da Level 96 Können wir auch mitnehmen Was brauchte man denn nochmal Aber wie das hier rumhüpft, guck mal Okay, das nehme ich auch gleich noch mit Ich darf doch nicht voll... Oh 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 ok das sieht irgendwie krank aus also das kann man nicht mehr inszenieren das ist einfach mal perfekter zufall großartig eine gierige ratte war das gewesen sollte ich sag's euch wir müssen auch noch was rein hier bei dem auch gleich mal mit der bürgermeister tiki 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 ok noch zweimal füllen hätte ich halt erst mal einen ersatz für kacke mehr schlechter als recht aber trotzdem ok jetzt habe ich auch kein tape oh nein jetzt gehen die auf meinen ankylos ich glaube die ziege ist tot ok so wie es aussieht wurden die ankylos aufgefüllt scheiße so ärgerlich zwar hier gewesen ich bin nicht ganz täuschen oh 156 ok den würde ich haben nice den schnappen wir uns auf jeden fall den baue ich doch definitiv dann zu und da checks im hoch geht das ist super den nehmen wir mit sind irgendwo was böses ok so leute also den hier wollen wir haben oh ich glaube der andere ist gerade nicht in der nähe das nicht mehr boostet das heißt wir können einfach drauf schießen müssen den anderen nicht mehr töten wo sie super ist so schoss um eins zwei ich denke mal vier schüsse erreichen drei ok es ist so krass mit der long neck ey ich sag's euch so gut dann haben wir den mal die magic buries rein und dann würde ich den jetzt zubauen ah guck mal da hat 215 milli damage das ist ok das ist wirklich ziemlich nice damit sollte er sich auf jeden fall besser kristallfarmen erstmal gibt er da noch mehr aus den kristallen raus wenn der milli damage höher ist und hier auch noch oh nein 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 das gibt's doch nicht oh das ist lächerlich leute das ist wirklich lächerlich aus dem nichts ich glaube den kollegen weg ist nochmal auf so leute ich werde jetzt mal gleich noch stimulant herstellen dass er ein bisschen schneller aufwacht das dauert einfach zu lange so also ich will den schon mit dem bonus aber wenn ich mal 156 entdecke dann will ich das schon ich baue den mal eben ein hier so dann habe ich irgendwo noch ja ja also natürlich ist das auch ein bisschen dumm gelaufen das war jetzt sehr viel pech dass genau in dem moment wo ich zubauen will so viele auf einmal kommen aber so ist das halt so und jetzt noch die linken drauf halt hier haben wir noch eine zielingung oben hier schnupp ok so wenn er auf hat dürfte eigentlich nicht mehr rauskommen hoff ich so das müsste jetzt eigentlich ausreichen dass er aufwacht soll ich mich schon mal bereit machen so 150 ok gleich ist er wach gleich ist er wach also einfach noch nicht raus es ist einfach da drinnen bleiben wer hätte gedacht dass es so eine schwere geburt wird dann ein Kilo zu tamen also es ist wirklich nicht ganz so easy weil überall fiese Viecher sind es nicht wahr es ist ja dass es nicht so nicht das ist schwierig das ist öffentlich in der jetzt wenn wir uns mit drei und 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 drei 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 Nein! Ach man! Das ist doch scheiße. Ah, da bricht der aus, meine Güte. Okay. Ich hau jetzt erstmal noch nichts rein. Ach, das ist kacke, ey. Jetzt muss ich ganz schnell... Ich weiß nicht, ich reiß das hier mal alles ein eben. So, jetzt müsste er eigentlich relativ safe sein, hoffe ich. Hoffe ich hinsch der an sich. Alles klar, Leute, holen wir Metro Berries rein, schnupp. Und dann gucken wir mal, wie jetzt die Tame-Effektivität ist. 97,7. Vielleicht habe ich ihn doch einmal getroffen. Ich weiß es nicht, Leute. Kann sein. Ah krass, der hat noch übelst Hunger oder was, weil der noch nichts essen konnte. Food? Ach, das ist richtig cool. Okay, dann habe ich gar keine Zeit verloren. Weil der ja die ganze Zeit nichts essen konnte. Das ist ja spitze. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Das wird trotzdem eine Weile dauern, wie es aussieht. 20 Prozent. Food? Ach, 280 kann er essen. Und er kriegt pro Bäre 30 dazu, ha? Ja. Okay, also gehen wir den erstmal so auf 40, 50 Prozent und dann heißt es nochmal eine Stunde warten für mich. Für euch heißt es einfach nur eine Sekunde dann warten oder so. Außer es passiert wie irgendeine Scheiße. Ja gut, wenn ich den mit, sagen wir mal, plus 70 Level bekommen, wäre ich zufrieden. Dann hätten wir den auch 276 oder so. 230 wären wir noch lieber. Dann können wir den fast auf Level 300 bringen. Ist ja auch cool irgendwie. Und jetzt ist er satt. Das ist ja gar nicht. Er ist satt und er ist satt mit 30 Prozent. Das wird ewig dauern. Das wird wirklich ewig dauern. Aber theoretisch könnte ich ja dann schon mal mit dem Krebs herkommen. Wisst ihr? Ich hau mich auf den Drache, mach nach Hause. Muss man ja die Stelle hier noch merken. Und komm dann mit dem Krebs wieder, dass ich den dann gleich nach Hause tragen kann. Dann wäre die Mission erfolgreich gewesen. So, die Bären reichen auf jeden Fall aus. Ich hau den trotzdem die auch mal noch rein. Ich hab 29 seltene Blumen. Dann muss ich mich nochmal informieren, ob man die irgendwie effektiver fahren kann. Ansonsten einfach mit Barionix oder so muss das eigentlich auch relativ gut gehen. Das ist Barionix gewesen. Und oben ein Dino, mit dem man auch gute Seltene Blumen fallen kann. So. Ich guck nochmal. Guck der hier irgendwo raus? Ja, hier. Hier brauch ich mir noch eine Fundation hin. Und ich geh mir auch nochmal sicher jetzt, Leute. So, hier wollen wir noch eine Sealing. Ich geh jetzt echt nochmal sicher. Alter, es geht. So, hier haben wir noch eine Sealing. Okay, jetzt müssen wir aber überall eingebaut sein, oder? Ich sehe zumindest nirgendwo mehr. Nope, da ist auch ein Kilo. Das sieht gut aus. Ihr müsst uns eigentlich sicher sein. So, nee, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis der fertig ist. Ich schätze mal wirklich eine Stunde ungefähr, minimum. Ich muss ja unbedingt jetzt so einen Hohen-Tame. Na, egal. So, und die Stelle sollte ich mir merken. Hier bin ich. Okay, das ist 60, 60. Perfekt. Können wir sich vielleicht auch merken, aber egal. Einfach A für ein Kilo. Und ich würde mich jetzt auf den Drachen hauen, mache nach Hause und komme dann irgendwann mit dem Krebs wieder. Und hoffe, dass sein Kilo dann noch am Leben ist. Wenn nicht, dann Pech. Und das ist so. Wir müssen jetzt auf den Drachen hauen, dann lobbyersto. Okay Leute, den nehmen wir auch noch mit. Ach man ey. Okay, aber steigst du mir weg? Da oben ist auch relativ safe, so auf der anderen Höhe, eigentlich. Es ist nur aufpassen, dass der andere an Kühler mich nicht trifft, wenn der da betäubt rumliegt. Das ist ja scheiße. Die fär mich mal ein bisschen. Jetzt versucht er wegzuwenden. Nicht wegwenden. Bittung, da liegt er. Okay, den nehmen wir. Was nufer werde. 205 Milliliter mit Strahlen. Ja, so ziemlich ähnlich wie der andere auch.